Hey, meine Fahrt! Äh, ich... äh... Wie kriege ich das immer wieder hin? Ich... ich sollte hier nicht sein. Ich sollte oben stehen. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Dark Star 2 von dem 93 Shobo. Was ist denn los, Asche? Wo bist du denn noch einmal hin? Naja, ist schon mal... Das ist kein Ort für ein Pferd. Das ist kein Ort. Aber das ist ein Ort. Dies ist ein Ort für ein Pferd. Jawohl. Aus dem Weg! Wah, da sind ja noch mehr. Ja! Also hat er die Stimme verschluckt? Klingt ein bisschen so. Naja, ein bisschen Fett auf den Hüften könnt ihr dir nicht schaden. Oh, neue Waffe! Neue Waffe! La 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 la! Einfach mal ein paar. Sicher, dass er seinen Rippen gefallen Sachen gibt. Hey! Ah, du lebst noch. Nicht mehr. Hehe. Noch war einer? Irgendjemand, der sich mit mir anlegen will? Gut, dann schaue ich gerade mal mir eine neue Waffe an. Brutale sind sie. Alles klar. Ah, das ist die Karte. Aha. Ihr seht also, ja, diese Welt ist ganz schön groß. Ja, das werde ich machen. Dankeschön. Da habe ich irgendwas gesehen. Ja, genau. Neue Handschuhe. Verteidigung, Kraft, kritischer Schaden. Hm. Und sie sehen schick aus. Aber das gibt mir Gesundheit. Das gibt mir mehr Gesundheit. Moment, ich lege das mal ab. Mal legen. Mal sehen. 41. Das ist immer noch am besten. Alles klar. Okay, gut. Da bleibe ich jetzt erstmal gut. Im letzten Tag haben wir uns hier ein bisschen umgesehen. Ein bisschen hier bei dem Betrieb sind uns die Zeit vertrieben. Also meistens ich. Jetzt geht's zu dem großen Schloss da drüben hin. Ich glaube, das ist ein Schloss. Hey, Vorsicht. Reiter kreuzen. Sie kreuzen ihre Klingen in deine Rippen rein. Vorsicht. Okay, hier ist eine Kreuzung. Klappe. Hm. Na, war die Ärger? Aua, hey. Du tust meinem Leben reite weh. Hey, na, warte. Ah, hey. Beinahe von den Toten hier getötet. Na, so weit soll's noch kommen. Hä. Hey, da da ist. Na, warte. Du willst weggelaufen? Na, warte. Ich krieg dich. Bam. So. Halt die Klappe. Halt du mal die Klappe. Moment, bin ich von hier aus nicht irgendwo gekommen? Sieht mir ein bisschen vertraut aus. Ah. Okay, Asche scheint mich anscheinend dorthin zu führen. Dann geh ich mal dorthin. Zu der großen, verschlossenen Tür. Ja, und verschlossenen ist sie auch. Klappe. Ah. Dafür, dass du meinem Pferd weh geran hast. Wo geht's hier weiter? Hm. Die große... Ah, stimmt ja, bin ich blöd. Der Punkt da, der gelbe Kreis, zeigt mir ja an, wo ich hin muss. Alles klar, ich war total falsch gelaufen. Oder geritten. Je nachdem, welches Verb in diesen Satzbau perfekt reinpasst. Okay. Achtung, hier, hab den Blinker falsch gesetzt. Na, Kumpel. Hä? Wow. Einfach mal einen Sprung gemacht. Reite, kleine Schatte. Reite. Brenn deine Feinde nieder. Okay, jetzt müssen wir die Kreuzung nehmen. Alles klar. Es ist ein bisschen schon wie in den Urlaub zu fahren. Außer, dass hier vielleicht noch lebende Skelette umher wandeln. Wobei, die sind einfach die Tauben des Urlaubs. Aus dem Weg. Danke. Alles klar. Und jetzt hier rechts lang. Hm. Ohne die Karte wär ich aufgeschmissen. Na, Kumpel? Du brichst doch sicher gleich aus. Du willst mir guten Tag sagen. Also willst du nicht, weil du tot bist? Du bist anscheinend tot, ja. Hallo, Kollegen. Alle, ja. Na, warte. Na, Will, Will. Will, will meine Klingen spüren. Bam. Bam. He, he, man. Mitminden mich auch die Knochenbrecher unter den Masseuren kreisen. Na, ja. So kleine, so kleine Appetit-Häppchen sind das. Komm her. Alle, ja. Naja, das war auch nur neue Attacke der Zwillings, die Zwillingskanone. Einfach mal so ein zweifach Hieb in die Luft. Und. Huh. In your face. Hm, ich kann da lang? Was gibt's denn da? Ach nee, das ist Ostecoot, oder? Falsch gedacht. Komm näher und sieh, was Wulgrim zu bieten hat. So, alter Nasenloser, ich habe dich vermischt. Na, wie geht's denn so, mein Kumpel? Frische Waren. Und immer noch keine Nase dabei. Hm. Was weiß ich nicht? Ich hab viel Geld gesammelt. Enthältst du für die ausgewählte verzauberten Gegenstand? Neuvergabe? Ach stimmt, das kann ich mir kaufen. Und dann kann ich meine Fähigkeitenpunkte neu setzen. Hm. Das werde ich mir mal irgendwann später holen. Vielleicht. Was hole ich mir denn? Ich hätte 29 Fähren. Äh, mal sehen. Ich nehme mir mal eine goldene Kiste. Ich bin mal. Es ist sozusagen die Überraschung. Das sind die Überraschungseier. Ja, möchte ich. Fährtensucher Schulterschutz. Okay. Das, glaube ich, hatte ich schon. Das ist die, eine schwächere Variante von dem, was ich im Moment habe. Oder? Das lege ich mal kurz ab, um den Vergleich zu sehen. Ja. Das ist das, was ich anfangs hatte. Genau das hier. Naja, gut. Dann wenigstens etwas, was ich verkaufen kann. Ich muss alleine gehen. Du musst alleine gehen. Dein Fährt kann ich leider nicht begleiten. Ansonsten kannst du überall dir hinterher folgen. Also sogar Datteln. Also sogar aufs Klo. Komm du her. Bamm, 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 bamm. Legt euch einfach hin. Genießt die Massage. Alle ab. Ah, alle ab. Wie viel Spaß das macht. Alle ab. Ach, schon tot bist du. Da habe ich doch Schuhe gesehen. Ich habe die Schuhe schon eingesammelt, oder? Mann, die sind so schnell fertig. Da kann ich meine Kombos gar nicht einsetzen. Ist da noch einer? Ist da noch einer? Hallo? Ah. Habt ihr meine Hoffnung geweckt? Und dann sowas. Ach ja, ich soll ja den fliegenden Thron oder so finden. Schlangenspitze. Ich sehe eine Spitze, aber wo sind die Schlangen? Das ist eine gute Frage, Asche. Vielleicht wird ihr uns gleich beantwortet. Und dann geht's. WDR mediagroup GmbH 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 Okay. Genug die... Hey, meine Fahrt! Äh, ich... Wie kriege ich das immer wieder hin? Ich sollte hier nicht sein. Ich sollte oben stehen. Ja, hey, hey. Na toll, ich hänge. Ich hab doch gesagt, ich soll da nicht sein. Aber der Jojo, der schafft es immer wieder... ...an Plätze zu kommen, zu denen er nicht hin soll. Ja, auf dich zu drehen, Kamera. Äh, wieso komm ich denn da hin jetzt? Wie komm ich da an das Pindel dran? Ah, jetzt! Okay, gut, da. Brauchen wir da einen Kronen... Sind das Kronenleuchte oder was? Da! Äh, öppala! Ah, die ab! Puh! Ein bisschen mummig wird der jetzt schon. Ah, Truhe, Truhe, Truhen. Wie freuen die, dass die Leute hier überall Truhen stehen lassen? Ja, ein bisschen Moneten. Moneten, Moneten. Da hab ich was Neues gesehen. Neuen Schwitterschutz. Ach, sowas. Ähm, ne. Auch nix. Hm? Fertensura-Talisman. Gefundens Geld 12. Gesundheit 69. Magie 10. Verteidigung 49. Hm. Das, der Talisman, den ich im Moment habe, gibt mir durch Angriffe meine Reaper-Energie zurück. Das machen jetzt, können jetzt aber auch mal die Krähen machen. Dann gebe ich mir das mal. Jawohl. Okay, die Krähen habe ich. Gut. Äh, nur im Moment brauche ich mich, glaube ich, gar nicht um Gegner zu sorgen. Die sind so erhaben hier von diesem Ort. Die trauen sich nicht hierher. Ziel. Feuer frei. Da. Äh. Halle ab. Äh. Soll ich an die Kette dran, oder? Moment. Halle ab. Ach so, an den Balken. Okay. Halle ab. Okay, jetzt nach oben, oder? Und nach hinten. Ach, wie die... Äh. Beweg dich. Wie die Kamera auch nach außen zoomt, damit man schön den Moment hat fallen lassen. Wunderbar. Heldenpose, wie es eines Helden gebührt. Okay. Halle ab. Halle ab. Nein. Ach, komm schon. Komm schon, das kriege ich besser hin. Halle ab. Na. Was soll denn das? Wir fliegen zu sch... Warum bin... Hä, was? Warum bin ich jetzt einfach mal wieder hier? Moment mal, soll ich hier sein? Äh. Also ich glaube, das Spiel hat mich gerade ein bisschen zu weit zurückgesetzt. Das kommt mir so vor. Äh. Na, den ganzen Weg nochmal. Halle ab. Ich hoffe, ihr mögt es, mich klettern zu sehen. Das werdet ihr noch länger, glaube ich, in diesem Part erleben. Okay. Halle ab. Nein. Ich kann leider... Ach, komm schon. Wieder da hinten. Ist es so? Ja, ernst. Ich habe Geduld. Aber meine Geduld ist auch irgendwann vorbei. Eigentlich müsste ich wieder den Part beenden. Der wäre wieder soweit. Aber ich will jetzt noch diesen Abschnitt geschafft haben. Komm schon. Der ewige Drohne lässt sich nicht... Lässt sich nicht von alleine bestatten. Besteigen. Besteigen, ja. Anvisieren kann ich nicht. Alle ab. Alles, alles klar. Einfach mal eine... Ah. Kürzungen genommen. Tod. Du hast mich zu Tode erschreckt. Ha, ha, ha. Diesmal nicht du, nicht ich dich, sondern du mich. Alles klar. Speicherpunkt und... Geronimo. Bam, boom. Ah. Riecht ein bisschen komisch hier. Ja. Halla. Na, bleib da. Ja, jawoll. Na, da rüber. Alles klar. Äh. Wo kommen wir denn da hin? Die Eingeweide. Die Eingeweide des Throns. Okay, da können wir nicht weiter. Der Punkt führt uns auch nach hier. Kuckuck. Besuch ist da. Ja. Ja. Tja, sieht für mich aus wie ein molliges, ein molliges Örtchen zum dahinscheiden. Hä, hä, hä. Also meine Damen und Herren, wir sind beim ewigen Thron angekommen. Den werden wir uns aber erst im nächsten Teil ein bisschen genauer ansehen. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Part gefallen und auch diese kleine Kletterpartie. Das muss halt bei Darksiders sein. Darksiders 2. Oder Darksiders einmal prügeln, einmal klettern. Falls Sie in dieser Part gefallen haben, dann lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns bei der Fortsetzung von Darksiders 2. Das ist kein Ort für ein Pferd. Das ist kein Ort für ein Pferd, sondern nur ein Ort für einen Reiter und für einen ausgewachsenen Schobo. Bis zum nächsten Mal. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye. Asche. Ja, ja, ich schau mir nur die Gegend um. Tschüssigowski, Leute. Tschüssigowski. Tschüss. 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 See you начера anybody.